Inmitten des Chaos und der Verwirrung wird schnell klar, dies ist kein normaler Tag. Ein Atomanschlag hat die Stadt erschüttert. Inmitten des Chaos und der Panik, die sich ausbreiten, ist das Wichtigste, das du tun kannst, schnell zu reagieren. Deine Überlebenschancen hängen von deiner Fähigkeit ab, ruhig zu bleiben und schnell zu handeln. Am besten in einem Gebäude oder hinter einem massiven Objekt, das dich vor der anfänglichen Strahlenexposition und der Druckwelle schützt. Du befindest dich mitten in einem Sturm aus radioaktivem Staub und Asche. Beton, Stahl und sogar Erde sind gute Barrieren gegen Strahlung. Deine Fähigkeit, rasch auf den Anschlag zu reagieren und dich wirksam vor der Strahlung zu schützen, kann einen dramatischen Einfluss auf deine Überlebenschancen haben. Was du bei dir hast, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Kenne die Grundlagen der Strahlenschutzmaßnahmen und lerne, wie man sich in einer Postatomumgebung orientiert.